Servus und Willkommen zurück bei South Park. Wir haben das Irre Drogenlabor in die Luft gejagt, wissen es gibt einen Oberboss Gorgel gefunden. Netter Versuch Kuhn Freunde, aber jetzt seid ihr meinem Allerheiligsten gefangen. Jetzt gehts los. Ok, ich wähle insoweit Neues. Neues? Ah, Tiri. Dann, nun. Das war sehr kreativ. Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn in France. An den Chaos Ballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Jeder Mensch und jede Kreatur auf Erden wird von Lava bedeckt sein. Halt L-T-Gedrück um in den Untersuchungsmodus zu wechseln und benutze L um das offene Rohr zu untersuchen. Übereinstimmung. Ok. Naja. Man hat wahrscheinlich keine Ahnung was passiert. Oh, ein Feuerwehr kann so gefährlich sein? Ha! Kampfvorteil auch noch. Verklub sie! Ich will wieder Stab der Wahrheit spielen! Hau sie weg, Neuer! Ha! Geil! Stab der Wahrheit ist von gestern, mein Junge. Die werden immer stärker. Der gehört mir! Und... Ich soll's... Ok, das geht sich aus. Der ist down! Oh, cool! Noch ein Feind fährt durch die Macht von Kuhn & Friends! Ich folge dem Ruf des Chaos! Ah! Uff! Strenge dich mal an, Alter! So, diese CD schmeißen. Wir heilen mal! Nix zu danken! Sehr gut! Auf ins Gefecht! Entfessel das Chaos! Oh! Du siehst ziemlich im Arsch aus! Das ist schlimm ist noch nicht. Da hinten sind ja auch welche. Ok. Bäm! Da solltest du Salbe drauf tupfen! Mach sie fertig Schaftsack! Ja! Sowas von... Oh yeah! Alle down! Bäm! Fast alle! Bin ich jetzt endlich dran? Ja! Jetzt bist du dran! Du kannst jetzt... Ja! Hallo! Tivellion! Äh Böndigen! Tivell! Tivell! Geht es jetzt weit, oder wie? Äh? Und ja! Ah! Wo ist denn... Da ist noch einer! Oh! Ich bin ein Idiot! Chaos ist unausweichlich! Ah! Ich hoffe, dir hat die Laserbehandlung gefallen. Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Warte mal, jetzt haben wir mal den aus dem Latschen. So. 92% der Kuhn ist bald bereit. Der Kuhn schlägt wieder zu. Ran an den Speck! Da kommen immer mehr. Das ist ja uncool. Ah, das ist wieder gut. Schöner Multischuss-Toolchat. Sehr gut. Und die Magikraft bereit. Oh, hey, geht. Wir gänzen jetzt. Oh, du bist sowas von tot. Zeit für Ver... Oh Gott, Arschloch hat dich geprägt. Alter, lass das. Noch ein Hund? Wo ist denn noch ein Hund? Ah, hinten. Zum Glück ist das Eis fest. Männer. Passau das nicht, Blödsack. Jetzt bin ich für den Rest deines Lebens. Ganz genau so ist es. Das war jetzt nicht so stark wie gedacht. Nein, der Hund ist weg. Irgendwo ist denn noch ein Hund? Kein Paton, ich brenne! Nee, ist der Behandlung gefällig? Ich mach das! Danke, Kumpel! die zeit waren nicht aus die stunde des chaos steht bevor jetzt blut wenn das wärs nicht gut los wunder ich gebe es zu du hast potenzial so cool 146 jahre sowas von wirst du hast dich beim anscaping geschnitten wir haben noch diese latino roboter die ultimativ kraft ist bereits das ist voll schwach was ist denn los unglaublich die kacke wir kommen in coontown nice line to go out für die kompatres schmerzbringer von gejahre währung geld sehr gut also jetzt geht es zum chaos an den kragen was haben wir denn hier noch alles headquarters of doom offensichtlich ist doom gerade nicht hier macht nix pillen für verrückte kriminelle über einstimmungen ja klar geschafft dankeschön das muss doch weh tun oder so viel lava das ist nicht zu fassen die ganze stadt zu lava erklären Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Coon Friends. Coon and Friends, verdammt Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald begegnet sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das ist ein absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann-Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich präsentiere den Mecha-Lakai-Chaos-Supreme. Scheiß die Wand an. Es ist ein Trabalho. Oh, fuck, Alter. Hahahaha, macht euch euer Feuernende gefasst, Coon Friends. Coon and Feft, jetzt reicht's. Der Wichser stirbt jetzt. Besiege den Mecha-Lakai-Chaos-Supreme. Mhahaha, das ist euer Mecha-Untergang. Du hast dich selbst übertroffen. Danke. Riesenboss. Sind meine Raketen nicht cool? Raketeneinschlag in T-O, gleich. Chaos. Badet in heißer Chaos-Lava. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Echt? Ich habe gerade ein definitiv ganz, ganz schlechtes Gefühl. Hier kommt der Coon. Hey Leute, nicht zu hart, okay? Jetzt wird genagelt, ihr Wichser. Kannst du das bitte, bitte lassen? Ich bin überhaupt nicht genagelt. Das habe ich nicht mal gespürt. Hahahaha. Los von der Arsch. Hier sind wir im Arsch. Es funktioniert, es funktioniert, das Keks. Eher nicht. Schwer. Starte Mecha-Vernichtungszyklus! Feuer! Damit sollte er endlich vorbei. Verlegungsprotokoll aktiv! Äh, ja, und? Hey, was geht da drüben? Vorsicht! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Danke fürs Rumstehen wie ein Ring-Schein-Gamer. Ich sollte ihn eigentlich fertig machen können. Jetzt werden Schurken genagelt! Ah, hör auf! Das ist eine Kacke! Das ist unglaublich. Das wird niemand genagelt. Niemand! Hast du verstanden? Niemand wird genagelt! Zurück! GG, Leute! So. Uh, ganz schön heiß. Das soll's gewesen sein, oder? Ah, meine Beine! Tiene que enviar mi cheque! Komm zurück, Lakain! Vamos! Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf! Phase 2 einleiten! Oh, verdammt, Butters! Ist das keine reißfeste Folie? Tomar el medicamento! Sie heilen ihn! Auf die Heiler! Feuer! Chaos! Faust! Ah! Meer Chaos! Meer! Laut Wetterbericht Hagels Schläge! Steht's bereit! Hier kommt Kai! Danke, Mann! Kleine Vorwarnung, das wird hellisch wehtun! Das könnte brennen! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Also, wir haben die ganzen Healer wegzubouncen! Okay, und jetzt? Die Beine! Hervorragende Arbeit, Lakai! Es ist viel sicher, als wäre ein Seidender. Die machen nichts anderes aus den Heilen. Du bist fällig! Was passiert, wenn unsere Laser sich berühren? Buckstrahlen zu kreuzen? Ultimativgab bereits! Du bist dran, Neuer! Die Ultimativgabend bringt mir nix. 96. Ne, jetzt 10 mal gescheiter. Oh! Au! Ah! Ich bin dran! Ja! Sind meine Raketen nicht cool? Was würde aus diesen Trotteln Schutt und Asche machen? Ach ja, Zorn ist kalt! Zorn ist kalt! Und hinweg! Wie haben wir es gezeigt? Jetzt wirst du, zumindest ansatzweise, ziemlich detrimiert! Alles okay, Lakain! Auf sie! Zurück! Darum kümmern sich meine Supreme-Mecher-Chaos-Lakain schon! Los geht's, Neuer! Die Supreme-Mecher-Chaos-Lakain. 96, 83, 96. Das Bounce-Back, aber dagegen ist sie eh immun. Aber egal! Ich bin sowas von bereit! Chaos-Explosion! Rakete im Anflug! Raketeneinschlag in T- Oh, gleich! Für Chaos! Totales Chaos! Bereit machen für fieses Blinzeln! Das sollte reichen. Für die Freiheit und die Pärs! Immer noch eine Form! Das darf nicht das Ende sein! Zum Glück haben wir drei Phasen geplant! Davon erholt man sich nicht so schnell! An die Arbeit! Na, wir hielten das mal! Ja, wir hielten das mal! Du kriegst das hin. Sowas von. Bäh, auf die Schwanze, auf die Humbis. Darf ich, darf ich? Revier markieren. Totales Chaos, extra scharf. Hier kommt das Chaos. Wieso darf der zweimal? Bereit zum Abflug. 169? Ja, egal. So, Kun. Wieder mal du. Es ist ein schmutziges Geschäft, aber irgendjemand muss es ja machen. So, jetzt sollte es aber reichen. Du bist tot! Das war's! Du hast gewonnen! Bottas Garagenschlüssel. Große Faust ist Chaos. Chaos Anzug. Yeah, und Geld. Stufe Aufstieg. Rock'n'Roll. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zeit auszupacken. Von wem hast du das ganze Geld? Bottas, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Der ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg raus, als wenn ich jetzt nicht gehe. Dann hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Oh, sieh. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber, wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen. Und wir verdienen eine Baselion. Aber hier waren große Emotionen am Werk. Leute, denkt nach! Warum sollte jemand Bates für Star-Stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Ah, hier bin ich. Zuerst aber... Kleiner Platz freigeschalten. 101 Die Frost wurde aus den Überresten des Mechela Kainka aus Supreme geschaffen und besitzt all die Macht, die man für 400.000 Bezos kaufen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viele Euro das sind, aber... 101 Macht ist, ähm... Geil. Und ein kleiner Platz. Er hält Gegner in einer mächtigen Logischläufe gefangen, indem er sie darüber nachdenken lässt, wie der Schmerzbringer Schmutz im Namen der Reinlichkeit erzeugt. Oh yeah. Und wenn die Person, die Bates bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat kein Namen. Kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht mir vor. Und die Finsternis, unsere Herzen, wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er... Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein. Nein, 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 nein. Wer ist Mitch Connor? Katniss bescheuerte Handpuppe. Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als er die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul! Es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir wicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, ja, gute Idee, Human-Kite. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der... Schule. Die Schule. Und jetzt die Nachrichten, die sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Guten Morgen! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storrid-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, sechs Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. Oh yeah. So ein Furz hast du noch nie gehört, Mann! Erst... Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit! Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, es ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lange war das? Sechs Jahre? Ungefähr sechs Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Mein Gott! Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskiert an Kreuzrittern, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Er ist auch nur ein Streit. Geht einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten Ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was Sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was Sie wollen. Es ist Mitch Conner. Es ist Gardner. Hi. Das Problem, von dem Cole Doll erzählt hat, es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Kloß im Park? Da will sich Cole Doll mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Errungenschaft freigeschaltet, kontrolliere das Chaos. Tja. Diesmal etwas Überlänge, aber es hat sich ausgezahlt. Wie es weitergeht mit South Park, was der Arschlort macht und... Wo ist die Katze? Das alles erfahrt ihr demnächst hier bei South Park. Servus. Entschuldigung. Servus. Tschüss. Tja.